Weihnachten wird in der Klum-Kaulitz-Familie groß gefeiert. Auf Instagram teilte Mama Heidi Klum in diesem Jahr jede Menge Eindrücke ihrer Festtage mit ihren Fans und Followern. Sie feierte in ihrem Heim in Los Angeles gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz, Schwager Bill Kaulitz und ihren vier Kindern. Doch Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie neben den harmonischen Familienfotos nicht auch etwas nackte Haut zeigen würde. Und so postet die 48-Jährige am zweiten Weihnachtstag Bilder, die sie ganz besonders freizügig zeigen. Darauf stolziert die Model-Mama vollkommen unbekleidet die Treppe hoch und verdeckt ihren Körper nur mit einer Bettdecke. Zwei weitere Fotos zeigen sie auf der Treppe mit Ehemann Tom und ihrem gemeinsamen Hund Anton. Dazu schreibt Heidi, lass uns zurück ins Bett gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.